Geht's Calvin gut? Ne, der hat schon wieder seinen irren Blick. Übrigens scheint das wohl zu passieren, wenn man die nicht gut behandelt. Was? Hey. Wollst du mal... Oh, wir haben schon wieder... Wir haben schon wieder Freunde draußen. Uh! Sehr viele Freunde! Sehr, sehr viele Freunde. Ein ganzes Dorf! Oh, habt ihr eure Beine verloren! Oh, Mann! Ach, da ist direkt unter mir müsste einer sein, irgendwo. Ist da einer? Ich hör jemanden jammern. Ja. Aber ich seh halt nix. So, äh, das mit dem irren Blick. Hat das jemand für den Weg langgeschrieben, oder? Nein, er hat gerade einen irren Blick gehabt. Ja, aber das mit dem schlecht behandeln. Ähm, das hat auch jemand gesagt. Ja, das ist bei der KI wohl so sein, dass die intelligenter ist. Das war die, wenn man die schlecht behandelt, dass die wohl... Ich hab ihn nie angegriffen, oder sowas, ne? Ja, mit dem ist aus Versehen mal n'n Dings in ihn reingeknallt. War auch, ne, auch bei meinem Spielstein guckt er auch manchmal, als hätte er irgendwas genommen, oder sowas. Ja, so total irre, ne? Und ich hab ihn nie angegriffen, da ist er nicht mein Gegner, oder sowas, als man das ist. Vielleicht wird er einfach nur wahnsinnig. Ja, also... Also alles, was nicht von den Entwicklern irgendwie gesagt wird, nämlich nichts für Barmünze, also... Ich kann ja auch die Theorie machen, wenn er den Fahnen lässt, kommen die ganzen Kalibaren an die Schüsse. Ja, vielleicht. Also... Weiß ich nicht. So, ich hab hier mal ein Feuer, da können wir die ganzen Leichen drauflegen. Die wir tragen können. Die roten können wir ja leider nicht tragen. Ah, diese Bildstörung hab ich immer noch zwischendrin. Vielleicht die Grafik runterschrauben, ein bisschen. Ja, das sind nicht solche, das ist, äh... Kennst du dieses Flackern, wenn ein Monitor kaputt geht? So eins, aber... Das zieht sich über den ganzen Monitor. Ich hab das gerade auch in der Übertragung gesehen, also ihr müsstet das... Das haben die im Stream auch, müssten die gesehen haben. Ich weiß halt noch nicht, woran es liegt. Ja, die Bildstörungen sind auch im Stream. Also dann, wenn die Leute sagen, die haben es nicht gesehen, dann, äh... Haben sie nicht geguckt. Also man sieht die. Ich glaub, du bist nicht. Ich glaub, das waren alle, ne? Ja, das waren nur zwei Leute, die ich noch hier erworben gehabt hatte. Ja. Guck nur noch, ob sie... Irgendjemand hier haben die Tasche, haben wir auch. Es hängt wieder. Hallo? Ach, ich bin voll. Kannst du die Tasche aufheben? Ich hab auch keinen Platz mehr für Taschen. Ja, das ist halt so. Das ist halt so ein Platz, die Sonne. Ja, weil wenn du eh eine Muschel hast oder irgendwas, dann... Dann hab ich schon alles verbraucht. Aber du kannst die Taschen ja gar nicht öffnen, wenn alles voll ist. Strand liegen auch noch so viel Deichen. Äh... Hier noch ein... eine Weihreihe ist komplett im Arsch. Ja, ich hab, äh... Warte mal, ich muss mal hier... Neue... Ich hatte extra... Calvin gesagt, er möge doch bitte... ...Äh, Stöcker holen. Ja, der kommt gerade... Der hat einen viel größeren Laufradius mit der Seite. Das kann gut sein. Der... Der kommt mir gerade vom Strand entgegen, von der anderen Seite, wo die Bäume sind. Wuppa! Wo ist denn mein ganzes Inventar jetzt? Ja, ich stell mal die Grafik. Vielleicht ist wirklich... Haben sie was gemacht und jetzt muss ich es runterstellen. Das kann ja sein. Ich mach mal eben zu. Geh mal eben... Nach oben so lange. Stöte schon wieder draußen. Ja, ich hatte ja gerade auch Internet... Äh... ...Probleme, Fabi. Und ich muss jetzt hier gerade mal... Grafik... Ah, der hat auch einiges wieder auf Ultra stehen. Ja, kein Wunder. Ich hab doch alles... Hälfte... Warte mal, lass mal noch gucken. Wo ist es denn hier? Bloom aus. Ja, ich verscheide... Nein. Wie war es denn hier? week. Ich verscheide... Ich verscheide... Was ich... Ich verscheide... also jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber gucken wir mal, ob ich jetzt immer noch diese Fehler kriege. Aber ich muss auch aufs Klo, ich glaube ich gehe erst aufs Klo, du, ja bei mir wahrscheinlich auch, so ich bin aber sofort wieder da, ich bin mal kurz auf Toilette, so wieder da. Irgendwas passiert in der Zeit, wo ich nicht da war? Nö. Ein bisschen was am Strand neu gesetzt, an Stöckern und Spikes, aber keine Besucher. Super. So, ich gehe dann mal kurz nach unten, fülle mir meine Wasserflasche richtig auf und ich bringe nochmal Fisch mit. Eins, ja, drei Stück mehr als drei Kanäle tragen. Aber ich gehe hinten rum. Kann auch die Rutschen nehmen. Ja, ja, mache ich ja. Dafür haben wir sie doch noch gebaut. Für die bequemen Auf- und Abgang. Das geht nicht. Ach, das ist... Ach, unser Bodyguard. Die. Das geht nicht. Wie ist es, dass ich mich auf dem Meer herrutschen? Das geht nicht. Wie ist es. Hier ist es. Wie ist es. And this is Dana Point, California. California. Hey, Federn! Wie weit fliegen denn die Federn weg? Oh! Die Tiere sehen auch anders aus, wenn du die jetzt, äh, dingst. Die Taube ist irgendwie nackig, die ich gerade hier getötet habe. Ja, gut. Falls ihr euch wundert, ich habe die Einstellung ein bisschen runtergestellt. Weil das bei mir gerade so Schwierigkeiten machte. Ist die Reuse noch da? Ja, ne? So, mal gucken, ist der Fisch gut oder vergammelt? Rotten, rotten, essen. Oh. Oh. Rotten Fisch will keiner. War hier nicht klar? Hä? Nicht? Ne. Zwei. Bleiben Sie mal hier, Fisch. Zwei. Hier war doch gerade irgendwo noch einer. Hier war doch gerade irgendwo noch einer. Ach Gott. Glipschkopf. Ja, warte denn. Komm doch. Doch. Marek, der kommt zu dir, glaube ich. Was? Hat sie ihn weggeplästert? Ja, passt. Wurde die Klippe. Hä? 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 Ich nehme gleich mit rein. Vielleicht brennt das Feuer noch. Hä? 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 Mit Uschi ist nicht zu scherzen. Oh. Haben wir heute vergessen, die Knochen einzusammeln? Hier. Scheiße. Das ist mit dem Feuer da. Anscheinend kann man auch kein Zelt unter so einer Plattform drauf holen. Ne, schade. Oh, er brennt. Gut. Das ist wirklich schade. Ja. Hätte ich das Zelt nämlich einfach hier drunter gepackt. Dann wäre es nicht mitten im Weg. Mhm. Ja, ich, ich stehe hier gleich noch Betten rein, dann können wir uns eh abweisen. Ich weiß nicht, wie Calvin reagiert, weil er mag doch was denn. Ja, ansonsten... Kannst du den kleinen Unterschlupf unter deinen Dings stellen? Ich brauche das als zu Hause. Ja, doch, das sieht er auch als zu Hause. Nee. Geht auch nicht. Ja, ansonsten stellen wir es hinter hier zwischen. Das Regal machen wir ja gleich weg. Ah, ich wollte ja mal was ausprobieren. Warte mal. Warte mal. Okay, ja. Genau. Könnte ich auf dem Balkon setzen. Nee, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, ich wollte ihn auf dem Balkon setzen. Leitfach raus. Ja, ich mach dir das auch. Ich schätze auf dem Balkon. Ich brauche, er werde mal weg. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, ich habe jetzt gerade noch auf dem Balkon setzen. Ja, ich habe es noch mit dem Balkon lenken. Ja, die Körpersontagung. So, ich brauche mehr Holz. Sieht schon hart aus hier bei uns. Wer hat denn nur den ganzen Wald hier abgeholzt, ne? Böse Nachbarn hier. Böse Nachbarn hier. Böse Nachbarn hier. Böse Nachbarn hier. Ja, Tana. Ich muss noch warten, bis der erste durchgelaufen ist. Oh, Trottel. Ist ja nichts Neues. Oh, Trottel. Ich glaube, wir kriegen Herbst, was? Ja. Oh nicht, ist das schon rechten Abend. Das ist ein bisschen beeilen. Oh, der Headset rutscht bevor im Kopf. 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 Vielen Dank. Wunderschönes Wetter. So, habe ich hier alle jetzt eingesammelt hier. So. Ein Tor ist zu. Wuschi, kommst du rein oder blöbste draußen? Und du kommst sowieso durch die Wand, oder? Äh, Calvin. Calvin, Calvin, Calvin. Calvin, mach mal Pause, komm. Es ist nass. Geh dich unterstellen, komm. So, Calvin, mal das Feuer unter deinem Haus anmachen. So, Calvin, geh hin. Komm. Wollen wir eben schlafen? Wollen wir mal machen. So. Oh. Oh, hat sich nicht gelegt. Verdammt. Äh, was war das da innen? Oh. Oh. Jo. So. Dann los. Achso, wir müssen das Essen hier aufstehen. Äh, noch einmal das. So. Jetzt hat sie hier gerechnet. So. Wollen wir mal. So. 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 So.